So, jetzt müssen wir in den Kreis rein, oder? Schnell, du mal Play jetzt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt ging. Wir müssen hier rein, in die Uhr. Ja, das weiß ich auch. Oh, jetzt geht's los. Oh Gott. Es geht um die Krone. Ja, um die Krone geht's. Ich weiß gar nicht, wie das mit der Feuerung war hier. Warte mal, hier kann man gleich auch drauf springen. Nee, man muss von da oben kommen. Ich hab die Krone, ich... Jetzt auch scheiße. Ich hab die Krone nicht mehr. Ich hab sie, ich hab sie. Ich hab sie nicht. Ich hab... Ich hab... Ach, scheiße, Wetter. Wo bin ich denn jetzt überhaupt... Ne, ich bin noch gar nicht los. Ohhhh. Jetzt falle ich hier runter mit der Krone. Oh, der hat mich weggestimmt. Also, wir müssen für so und so lange die Krone, hier oben ist ein Timer, der läuft ab jetzt, sieht man hier, der Kontakt hat schon 7 Sekunden die Krone, und wir haben längst die Krone auf der Karte gewöhnt. Zack, ich hab sie gar nicht. Jetzt hab ich sie. Und die anderen müssen die Krone abgehangen und abgehangen geschafft haben. Hallo, wie leid ihr denn? Oh, hier bin ich. Oh, der hat die Krone weggemacht. Ich warte, oh, bis ich komme. Zack. Da krieg ich was durch die Sauna. Nein, der hat sich die Krone mit der anderen rausgeboxt. Das war gar nicht so. Das ist die Krone. Du hast den. Ich hab sie nicht. Doch, irgendeine Krone hat's. Ich bin glücklich. Aber jetzt? Ah! Oh, jetzt ist die Krone wieder weg. Na? Wie wo ist er denn? Jetzt ist er oben. Und dann, dass er das Ding rum. Ja, genau. Da ist die Zeit rum. Nein! Ich hab schon hier wieder gemopft. Ich hab 4, oder? Ah, du hast ne wieder weg. Oh, und ich fall hier runter. Ach toll. Irgendwo waren da die Sprungschranzen. Genau da waren sie. Da kann man besser. Ja, die Krone. Feierfies! Oh, das gibt's doch gar nicht. Ach, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ach, wenn du halt so verfolgt, du halt so verfolgt bist du. Ja, ja, das bin ich gewesen. Ja, wir müssen halt nicht. Zurecht, komm. Jetzt ist er da oben. 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 Nein, ich stürze ab. Jetzt wird er da oben. Ey, da hab ich rausgeboxt. Das gibt's doch gar nicht hier. Ja, ich muss erst mal merken, dass ich den blauen haben hier. Ich hab's. Oh, der hat's mir wieder weg. Ja, und rausgeboxt. Ne, ich hab's. Ich hab's. Lackern du nicht. Wo komm ich denn wieder hin? Ja, komm. Du bist auch abgestürzt, Schatz. Ach, jetzt bin ich hochgekommen. Naja, ich bin oben auch hängen geblieben. 80 Sekunden. Nein! Ich hab' den ganzen Raum hängen. Jetzt hat der andere so gesehen. Da muss man erst mal reinkommen, wieder an das Spiel. So, jetzt. Ach, jetzt hat er nicht rausgeboxt. Das gibt's doch gar nicht. Da komm ich hin wieder an. Wer hat denn die Krone? Ah, da oben. Boah. 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 Das war ich. Du hast gewonnen. Ich hab gewonnen. Erster Platz. Juppi. Man kann ja verschiedene Modus nehmen. Jetzt kommt, glaube ich, muss ich gegenseitig abschießen. Ich glaube ja. Das ist ja nicht. Wo sind die Sprungschanze eigentlich noch mal gewesen? Ah, hier oben, genau. Wir müssen erstmal hier in die Mitte. Ach, schieß mich da nicht weg. Ach so, wir müssen hier nicht weg. Ne, komm nur hoch. Komm zu mir, Schatz. Wo bist du denn? Hier oben müssen wir hin. Ich bin schon da. Du musst dich einmal hochbiegen zu mir. Hallo. Jetzt geht los, jetzt. Boah, hier. Da kommt nochmal ein Raumschiff. Ah, du bist ja der Gelbe. Sind wir nicht ein Team? Scheiß da nicht. Da kommt ein Raumschiff nochmal an. Das schweißt. Oh, ich bin rausgeflogen. Guck mal. Ich bin nicht hin. Mich kriegt keiner. Oh, ich bin auch geflogen gerade. Wo bin ich denn jetzt? Hier, komm ich wieder raus. Ihn hab ich rausgeboxt. Oh, das war ich. Oh. Ja, du hast die Kugel, ne? Ja, deswegen. Wo bin ich denn hier? Ja, dann. Ey, mit der Kugel hast du gar keinen Punkt. Also wenn die die Grünen hier... Jetzt ist er wieder frei. Jetzt. Hallo? Was tut denn nur hier? Boah, ich habe gestürzt. Nein, ich bin in die Tiefe. 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 Oh, der hat mich wieder rausgepickt. Gibt's doch gar nicht. Einer schon raus. Ein Good. Ja. Ja. Da waren es. Da waren es nur noch drei. Das war ich. Ja, ja. Aber den krieg ich nicht. Der hat ja dieses... Der hat den Schutz. Kann doch mal nicht. Ah, ich bin nicht auf das Spring-Ding gekommen. Jetzt kommt er hier. Hallo? Das war ich. Jetzt hab ich ihn. Alles. Was? Wir zwei sind noch im Spiel. Aber ich hab gewonnen. Eins, eins, neun, neun... Was? Warum hast du gewonnen? Da sind meine Punkte im... Ich hab einen Punkt? Hä? Wo bin ich? Ich bin zweiter Platz. Du bist erster Platz. Du bist blau. Äh... Ja, stimmt. So, was haben wir hier? Was war das jetzt nochmal? Das muss erstmal oben. Ja, genau. Wie komm ich jetzt hier... Ah, du musst die Sprungschanze nehmen. Tuff. So, erstmal hier oben. So, drauf. Hallo? Einmal küssen. Kannst du richtig die Tonne gehen? Ja, kannst du richtig angucken. Wo war... Was? Worum geht's denn jetzt hier eigentlich? Auch ums Abschießen? Ja, wie das? Scheiße, ich bin in die Mitte gefallen. Wo ist denn meine Blaue hier? Ich bin hier drunter. Du hast doch wieder so'n Schutzding. Ich hab' vielleicht so'n gedrängt. Ich hab' ja gelegt. Die Raumschule, ich weiß nicht mehr was drin. Ahhh! Ich hab' schon wieder abgestürzt. Jetzt, Moment. Jetzt, Moment. Spinnig Arrow! Was fällt mir jetzt? Warum bin ich da rumgelandet? Keine Ahnung, was du gemacht hast. Ich bin raus. Du, den hab ich weggeschossen. Das brauche ich mir an der Dienkommission. Den hab ich auch rausgetreffert. Nein, wie das gestürzt war. Da muss ja mal einer gehen nochmal. Hier, kommt aber da. Nein, der hat mich wieder in die Mitte geschossen. So blöd, der kann mich mehr machen. Nee, du bist tot schon. Warum bist du tot? Ich bin auch hier oben. Ich hab auch... Nee, hab ich auch nicht geschafft. So, guck mal, da kann man so richtig boxen hier oben. Die anderen kämpfen immer noch. Die haben richtige Boxhandschuhe. Guck mal, das sieht ja süß aus. Rollerwink ist das. Die Kontrollers sehen auch nicht so schön aus. So. Tschuck. Ja, die kämpfen ja immer noch. Ich hab null Punkte ge... Nee, ich hab 100 gemacht. Ja, die anderen haben... 300, 200... Naja, ich bin nicht ganz letzter Platz. Ja, doch mal, ich muss nochmal hier machen. Ich boxe hier nochmal, das sieht so witzig aus. Oh, jetzt kommt wieder ein anderes. Es gibt hier verschiedene Modis, die man hier spielen kann. Das ist ja auch so toll. Oh, ich muss hier rüber, glaube ich. Jetzt geht's um springen, glaube ich, ne? Ja, weil ich kann ja... Und dann rüber springen und dann auch abschießen, glaube ich, oder? Die Verteilung läuft jetzt nicht los. Boah, nee, das ist... Nein! Das ist natürlich gar nicht so einfach. Wo bin ich denn hier? Hier. Man will ja gar nicht versuchen, zu schießen. Das ist ja gar nicht so einfach. Das ist ja gar nicht so einfach. Ah, come on! Kebumm! 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 Wieso geht's dir? Kebumm! Ah, ja, das hab ich auch noch nicht so ganz viel. Mach'n den Weg hast. Das bin ich auch. Warte? Ich glaub, du musst nicht schießen. Du darfst selber noch nicht rüber. Ja, das ist logisch. Ja, okay, oder? Nee, du musst überleben, glaube ich. Die dürfen dich nicht treffen. So war das, glaube ich. Ich hab nämlich oben schon Punkt gestehen. Nein, schaffe ich nicht. Die dürfen dich nur nicht hier abschließen. Feier! Boah, lustig. Häh? Ich hab nur einen. Der eine muss mal hier. Warum bist du hier schon wieder von einer Bahn weg? Hallo? Der kommt gar nicht mehr, der eine. Du musst den einen grünen hier noch nicht kriegen. Der will mich aber nicht. Der will mich immer kriegen und kriegst ihn nicht mehr. Hä, wo ist er denn jetzt? Gibt er immer noch, der Grüne? Oh, jetzt aber. Zuck. Nee, es geht um sie. Hä? Wer am längsten überlebt, oder was hier? Wo ist er denn? Ich bin auch, oh, ich hab aber 200 Punkte gemacht. Ich bin zweiter geworden. Ich glaube, dass jetzt nur mit der Krone kommt. Und das schickt sich halt dann mal so. Ja. Zeigen. Ähm. Was war das für eins? Ach, das war wieder mit wegklicken, ne? Aber wir müssen erstmal hier oben drauf, Schatz. Auf unserer Position, genau, hier oben drauf. Ja, ich erinnere mich, ich komme nicht hoch. Was machst du denn da? Du stürzt ja gleich in die Tiefe. Ich warte auf dich. Komm zu mir. Ich hab die Krone, ich hab die Krone. Ach, da gibt's auch die Krone. Oh, ich hab sie da. Ah. Das ist natürlich jetzt schwierig, mit der Krone. Das machen wir hier. Der hat sie, der hat sie, der hat sie, der hat sie nicht. Nee, oh. Lass mich in Ruhe, ich antich war Leute, ich soll ich an. Nee, komm. Mit der Krone hat ich das. Oh, ich bin abgedehrt, der hat die Krone gefährt. Bin ich bin nicht. Der unten hat die Krone. Gieß sie jetzt. Nee, wo ist er denn? Ich glaub, hier oben gibt's wieder noch, oder? Nee, hat sie immer noch. Ist doch gar nicht. Jetzt muss sie oben drauf sein. Ich will sie auch mal haben, jetzt hab ich sie. Nein! Ich muss weg hier. So, werde ich mal da oben geblieben. Der kriegt mich nicht. Der kriegt mich nicht. Der kriegt mich nicht. Der kriegt mich nicht. Lass mich doch. Fangt mich doch. Hallo, wo seid ihr denn? Oh, der hat sie jetzt. Jetzt hat er den. Das hab ich so weiter anlegt. Ah. Nein, jetzt sind wir da oben. Da liegst du ja rum. Ja, ne. Ja, ja. Oh. Oh. Explosion. Jetzt. Oh, ich hab sie kurz gerade hier. Wie ist denn hier? Ah, du hast sie. Ich will sie abnodzen jetzt. Ich hab sie, ich hab sie. Nein! Der hat sie mir wieder geklaut hier. Das geht schon mal an hier. Ich hab sie. Oh, der hat sie wieder. Nein! Wo bin ich denn hier? Mal gucken, wie hier wieder rauskommt. Ich hab sie. Jetzt was will ich los, alle mal in Ruhe hier. Oh. Komm, ich schieß ihn weg hier. Komm her hier. Ich hab's in Sekunden. Ich hab's in die Kunden. Ah, jetzt bin ich wieder abgestürzt. Was muss er denn jetzt? Oh, jetzt bin ich wieder abgestürzt. Ah, das geht. Kannst du mal in das Loch rein hier? Kannst du mal in das Loch rein? Wer hat sie denn jetzt? Da hier, der eine. Hat sie schon wieder rausgekuckt. Der Schweinebucke hier. Er hat mich hier rausgekuckt. Ich auch so. Oh, das gibt's da gar nicht rausgekuckt. Ich hab' mal rausgekuckt. Aber der eine hat's echt schon lange. Aber der kippt. Ey, die Grenzen um die Kronen hier. Ich hab' ja nicht mehr rausgekuckt. Ich hab' ja nicht mehr rausgekuckt. Ich hab' ja nicht mehr rausgekuckt. Ja, ich will auch mal ein bisschen hier meine Kronen haben. Hallo, wo seid ihr denn? Tschüss. Hm. Hm. Hallo. Richtig doch. Hallo. Richtig doch. Richtig doch. Hallo. Richtig doch. Richtig doch. Oh, jetzt bin ich rein geflogen. Jetzt sind die die Bruder weg. Ja, jetzt. Oh, hier ist sie hier. Ich hab sie runtergekuckt. Ja, jetzt bin ich hier. Oh, der hat's mir wieder weggenommen. Gewehr die Drohne. Oh, jetzt hat er mich rausgekickt. Ich habe eine Probe runtergeflogen. Oh, ey. Ich habe wieder rausgekickt. Nein! Ich habe es wieder. Das war es. Oh, ich habe 60 Proben gemacht. So, gleich schickert. Wieder erster Platz. Juhu. Na, schön spiel. Hm, das ist ein schönes Spiel. Ist das noch was anderes? Ne, das ist noch was. Das reicht. Wir konnten ja ein bisschen was zeigen. Mixed Reality. Wir sehen alles in unserer Umgebung. Ich sehe mal eine Gegenspielerin da drüben. Ja, hallo. Okay. Grüß dich. Applaus Ja, sehr Quer gem στη. Juhu. Genau. Vai.